Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu. Oder ein Fehler in der Matrix. Ein Fehler in der Matrix. Ich wollte dich sehen. Damit. Was soll denn das? Warum bist du hier? Wir müssen damit aufhören. Es tut mir so leid. Das hat sich heute früher ganz anders angehört. Ein schwarzes Loch entsteht dann, wenn sich im Anschluss einer Supernova-Explosion eine zusammenstürzende Zentralregion ausbildet, in der selbst die Entstehung der Neutronenmaterie den Kollaps nicht ab. Also, so ein schwarzes Loch, das entsteht dann, wenn sich eine zusammenstürzende Zentralregion bildet. Und in der gibt es dann Neutronen. Also eher so Neutronenmaterie. Aber halt nicht genug. Und wenn so einem Stern, der dreimal so schwer ist, wie die Sonne das Licht ausgeht, dann explodiert der. Nein, implodiert. Und das ist dann ein schwarzes Loch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Schön bist du. Schön bist du. Entschuldigung, warum hat denn das so lange gedauert? Erster Schultag, eine Riesenschlange beim Bäcker, die Apokalypse nahe. Warum hat denn das so lange gedauert? Erster Schultag, eine Riesenschlange beim Bäcker, die Apokalypse nahe. Wir gehen da hin und holen uns den Shit. Ganz easy. Wer holt sich welchen Shit? Wir gehen heute Abend zu den Höhlen. Fahrt von der Alarm. Warte, schlaubt, dass er da Eriks Dope findet. Fanny hat mal erzählt, ihr habt ja nur ein verrecktes Eichhörnchen mit fünf Beinen gefunden. Du glaubst euch jedenfalls. Was ist denn in der Höhle? Was ist das? Ach du Scheiße. Was ist hier los? Was ist mit dir? Was ist mit dem Lappen? Was ist mit dem Lappen? Was ist mit dem Lappen? Weg hier! Martha! Weg hier! Martha, komm. Weg hier! Renn, renn! Mika! Kemal! Mikael! Kylian! Kylian! Sha? Marse! Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020